Wer kennt sie nicht, Devinjo und Pape, legendär, sehr vulgär, fett wie Schokolade. Doch eins ist klar, die beiden geben Vollgas, wenn es heißt, was geht ab, Just Network Soldiers. Liebe Community, herzlich willkommen. Fünf Euro, wenn Pape diese Zwiebel auflässt. Warum machst du das denn hier? Warum geht's dir ein Zwiebel? Richard auch. Devin, ihr müsst wissen, Pape hasst Zwiebeln. Und Daniel prümmert gerade Taddy's Teller. Oh, die fünf Euro sind so eine Gefahr. Pape, wenn du sie wieder ausspuckst, steck ich das Geld wieder ein, ist dir klar, ne? Ey, komm! Äh, äh, äh! Ne, ne, ne! Warum? Nein, pur, Digga, pur! Wenn du dich übergibst, Pape macht das Bild, sowas wir sehen können, ja? Ja. Herzlich willkommen zur Pape, werte liebe Community. Ich schluck, du Sau! Wollte du mal ein Zwischenergebnis schriegen? Ja, zeig mal! Was ist da? Ja, ganz genau! Ich sah mich nur voll bei dir die ganze Zeit. Ich bin so müde jetzt am Herzen. Ja. Da warst du alles runtergeschluckt? Und es geht schon weg. Ich hab's... Ich hab's nur... Ich hab's nur... Beim Runterschlucken hatte Pape schon die, der hatte Pape schon fünf Euro gegriffen. Das Ding ist echt... Bah! Ja. Du musst sagen, wirst du noch dabei nicht. Du kriegst jetzt nochmal fünf Euro, wenn das ganze nicht auf den Teller kotzt. Ich hasse, als würde es gehen. Oh, das ist nur... Boah! Boah! Eine Zübergplatte. Ich hasse. Das war der Mini-Vlog. Pape isst Zwiebel. Ey, das krieg ich bis morgen zur Arbeit doch nie weg. Das sind doch Sie hier, um das zu überdecken. Ja, ich muss es heute machen. Buntwasser-Triggi. Falls ihr euch fragt, wo wir hier sind. Wir kommen gerade von der Gamescom und sind hier bei unserem Lieblingsgriechen. Metaxa Hemmstraße 122. Er ist Beste. Kommt auch hier hin, ist das voll geil. Das ist in Bremen. Tadi sagt, das ist in Bremen. Wusste ich gar nicht. Ich wusste das. Ich wusste das. Du bist total überfressen, ne? Ich bin überfressen. Ich bin übermüdet. Hast du noch Holzfuttersteak? Hast du noch Holzfuttersteak? Ich hasse auch einen. Und André, wie gibt es dir so? 5 Euro hast du echt? War nicht schlecht. Wir sind doch noch drüben über. Ja genau, du weißt, dass ich den ganzen Teller meinte. 50 Cent. Pro zu Stückchen. Ja, okay. Aber nur wenn du den Teller auffällst. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass meine Zunge anschwillt. Ekel Zeug, ey. Ist du allergisch gegen Zwiebeln? Glaube ich. Das würde uns eine Menge Klick geben. Papel kann es mit anschwillen. Aber ist doch schön. Hinten rechts fängt es halt an, gefühlt zu werden. Ihr Lieben, falls Papel allergisch ist, werden wir nochmal, da gibt es noch ein bisschen, noch ein Zusatztake. Ja. 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 Und nicht mehr. Und wie ernst ist? Nein. Untertitelung des ZDF, 2020